KI-Influenzas sind in aller Munde. Es gibt Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende. Einige von ihnen verdienen haufenweise Geld, haben Deals mit Marken und leben das chillige Leben hinter Code und Pixel. Andere hingegen versuchen die Gesellschaft zu verwirren, Leute zu verunsichern und mit Deepfakes von Gesichtern, nackten Körpern und Stimmen entweder aufsehen zu erregen, politischen Einfluss auszuüben oder Menschen zu betrügen. In diesem Video sehen wir uns an, wie einfach man einen KI-Influencer erstellen kann, ob man sich davor schützen kann und ob man Fake-Bilder, Stimmen und Videos sofort erkennt. Ausserdem habe ich eine Gratis-Community, der solltest du unbedingt beitreten, doch mehr dazu am Ende des Videos. Ich bin wirklich dankbar, dass mir Arnie beigebracht hat, Deutsch zu sprechen. Und das, obwohl er selbst einen schrecklichen Südtiroler Dialekt hat. Alles startet mal wieder in diesem Colab-Notebook, wo wir Stable Diffusion laufen lassen können. Wir klicken auf Laufzeit, Laufzeittyp ändern. Wenn du hier kein Abo-Modell hast, musst du die T4-GPU verwenden. Wenn du ein Abo hast, A100 oder V100. Die A100 ist die aller, aller schnellste und wenn wir Glück haben, bekommen wir Zugriff auf die. Als kleine Anmerkung, ich habe mal kurz darüber nachgedacht, ob man sich solch ein Ding kaufen kann. Dann habe ich den Preis da gesehen und habe das Ganze wieder gelassen. Danach klicken wir Play bei dieser Zelle. Recht bald bekommen wir den Link und auf den klicken wir. So sieht das Interface aus. Ich mag Advanced und jetzt lasst uns ein Bild generieren. Instagram-Model, Pink Hair on the Beach und generieren. Man könnte auch noch mit negativen Prompts und Seeds spielen, das lassen wir diesmal aber. Wir haben zwei Bilder bekommen, die Bilder sind auch relativ gut. Eventuell würde man gerne, aber genau diese Person haben, in einer anderen Pose. Und das lässt sich sehr leicht machen. Wir klicken Input Image, Image Prompt, Advanced. Jetzt müssen wir das Bild runterladen, das wir brauchen. Sagen wir, das Gesicht gefällt dir recht gut. Auf unseren Computer speichern. Danach laden wir das Bild hier wieder hoch. Und wir ziehen ein Bild rein, dessen Pose wir haben wollen. Zum Beispiel das da. Das heisst, ich will dieses Gesicht in diese Pose umwandeln. Und dafür gehe ich hier drüben auf Face Swap, weil ich natürlich das Gesicht haben will. Und hier gehe ich auf diese Option. Diese Option ist nichts anderes als Pose to Image im Control-Net von Stable Diffusion. Das heisst, wir übernehmen die Pose von dieser Dame hier. Und wir klicken dort oben Generate. Die Pose wurde sehr gut getroffen, jedoch haben wir hier im Gesicht ein paar kleine Fehler. Die können wir beheben mit einem Upscale. Wir laden das runter. Wir gehen auf Upscale or Variations. Wir laden das Bild hier hoch. Einen doppelten Upscale und Generieren. Mittlerweile wurden die Bilder wirklich nahezu perfekt. Und wenn man die Upscales gut macht, bekommt man sogar solche Bilder hin. Wenn einem das immer noch nicht gefällt, dann kann man es natürlich noch weiter bearbeiten. Wir gehen auf Inpaint. Wir laden das neue Bild hoch. Und hier kannst du jetzt mit diesem Pinsel alles entfernen, was dir nicht gefällt. Du könntest Hände schöner machen, Augen schöner machen, einen O-Ring entfernen. Oder meinetwegen willst du sie hier trägerlos machen. Oder meinetwegen andere Träger oder sonst was. Einige fragen sich, ob man auch eigene Loras verwenden kann. Und natürlich, das kann man. Schritt 1. Wir brauchen ein LoRa. Wir können uns entweder eine suchen auf Sivitae oder selbst eins trainieren. Wenn uns auf Sivitae eins gefällt, zum Beispiel ein solches farbenfrohes, dann können wir darauf klicken. Ich habe jedoch was ganz anderes gemacht, etwas viel witzigeres. Ich bin in dieses Notebook rein und habe ein LoRa an meinem Gesicht trainiert. Und jetzt werden wir das verwenden. Wir gehen in Fokus, wir klicken auf den Ordner. Wir suchen hier den Ordner Fokus, Models, LoRa's. Und hier können wir jetzt unser eigenes LoRa hochladen. Mein trainiertes LoRa ist das hier. Dementsprechend ziehe ich das einfach hier rein. Und wir müssen OK drücken. Natürlich genau dasselbe, wenn du ein LoRa auf Sivitae oder auf Hugging Face selbst suchst. Und hier ist das Ding jetzt hochgeladen. Ja, der Name ist fürchterlich. Aber jetzt suchen wir das in Fokus. Zurück in Fokus, wir gehen auf Model. Hier müssen wir jetzt auf LoRa gehen, aber erstmal Refresh all Files klicken. Hier beim LoRa sollte unsere jetzt da sein. Genau da ist es. Und jetzt müssen wir hier unseren Prompt schreiben. Wir brauchen unseren sogenannten Instance Prompt. Mein Instance Prompt ist spezifisch. Das entscheidet sich beim Training von diesem Modell. Photo of Hardl Burst. Das ist hier mein Instance Prompt. Jetzt können wir dazu schreiben, was wir wollen. With sunglasses in a suit professional meinetwegen noch. Und jetzt können wir die Bilder generieren. Aber wir müssen mit dem LoRa Wait hier ein klein wenig spielen, damit das gut passt. Ich generiere erstmal das da. Ich bezweifle, dass das richtig gut wird. Nicht vergessen, Input Image auszustellen. Das war gerade eben sogar mein Fehler. Jetzt sollte es klappen. Und das Ding sieht mir so überhaupt nicht ähnlich. Was denkst du? Aber weisst du warum nicht? Nicht, weil ich das LoRa Wait zu tief hatte. LoRa Wait können wir auf ca. 1 einstellen. Und wir sollten viel, viel bessere Ergebnisse bekommen. Wenn wir es auf 2 setzen, werden die Ergebnisse wieder eher schlechter. Zwischen 0,6 und 1,2 ist meistens optimal. Das läuft doch schon eher, oder? Also ich glaube, wenn wir die Bilder öffnen, man kann schon sagen, dass mir das Ding ähnlich sieht. Zumindest ziemlich, ziemlich ähnlich. Gerade die Haare. Etwas wenig Haare hier vorne. Keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Aber ich denke, die sehen mir wirklich ähnlich. Natürlich kann man auch die bearbeiten, upscalen und vieles, vieles mehr. Mit diesen Bildern kannst du alles machen, was du willst. Das Ding ist halt, dass man mit diesen Bildern wirklich alles machen kann. Ich könnte auch das In-Painting machen und den Anzug entfernen, dass ich komplett ohne Klamotten da sitze. Das werde ich aktuell nicht machen. Aber Taylor Swift ist es wohl so oder so ähnlich gegangen. Entweder man verwendet In-Painting und entfernt die Klamotten. Ich glaube, sie ist viral gegangen mit einem Foto, das nicht so wirklich von ihr veröffentlicht wurde. Oder man kann sogar Face Swaps machen. Also man kann unglaublich einfach Deepfakes machen. Und die sind natürlich gefährlich. Auf CNN wurde tatsächlich berichtet, dass ein Finanzmitarbeiter 25 Millionen US-Dollar nach einem gefakten Videoanruf bezahlt hat. Also, das wird tatsächlich für riesengroße Sauereien eingesetzt. Man kann ganz einfach Stimmen klonen, man kann auch Deepfakes machen mit Face Swaps und vieles mehr. Den Face Swap haben wir ja vorhin auch in Google Colab ganz kurz gesehen. Das heisst, all das ist sehr, sehr einfach. Dieser Typ hat sich sogar einen Fake Pass gemacht. Mit diesem Fake Pass hat er sich danach bei einer Kryptopörse anmelden können. Das wäre natürlich gar nicht schlecht für grosse Kriminelle und Geldwäsche. Mit Tools wie Eleven Labs kann man sofort Stimmen erstellen, klonen und Leute alles sagen lassen, was man will. Man gibt entweder hier den Text ein und lässt sich eine normale Stimme erstellen. Oder man erstellt selbst eine Stimme, zum Beispiel von Elon Musk oder Angela Merkel. Und besonders in Kombination mit Deepfakes sieht das Ganze erschreckend gut aus. Und mit Tools wie SeaArt, wo man ganz einfach einen Face Swap machen kann, kann man natürlich auch Videos von seinem KI-Influencer zeigen. Ich habe natürlich sonst schon mal hier gezeigt, wie man dieses Tool verwendet. Und die Videos sehen zum Beispiel so aus. Dieser Artikel will sich damit befassen, wie man Deepfakes erkennt und wie man sich schützen kann. Aber sogar in Studien wird gezeigt, dass Menschen Deepfakes nicht wirklich erkennen. Man liest sich zum Beispiel diese Zeile durch. In 73% der Fälle erkennen Menschen gefälschte Sprache. Aber der nächste Satz ist halt danach das ausschlaggebende. Fast genauso häufig wurden aber auch echte Audio-Inhalte als gefälscht hier aufgezeigt. Das heisst, wenn man Leute fragt, ist das gefälscht, ja oder nein, dann sagen sie einfach so generell zu 70% ja, das ist gefälscht. Weil man das nicht wirklich gut herausfinden kann. Und der letzte Satz, der trifft wohl den Nagel auf den Kopf. Bildung kann auch nur begrenzte Wirkung zeigen. Auch wenn die meisten Menschen die Gefahren wissen, würde man wirklich tatsächlich aufmerksam sein, wenn man einen Anruf bekommt, ob er eventuell gedeepfaked sein kann. Und auch ich lasse diese Frage offen. Natürlich wollen alle Hand und Nehmen dagegen vorgehen. Adobe, BBC, Google, Intel, Microsoft, Sony, auch Meta ist hier dabei und viele, viele andere. Sie wollen mit dieser C2PA-Spezifikation das Ganze unter Kontrolle bringen. In einfachen Worten, es wird ein Wasserzeichen über diese Dinger drüber gemacht. Jedoch ist dieses Wasserzeichen nicht wirklich sinnvoll. Mit einem einfachen Screenshot kann man diese Wasserzeichen nämlich entfernen. Wenn man ein einziges Mal einen Screenshot von einem Bild mit einem Wasserzeichen macht, ist das Wasserzeichen wieder weg. Außerdem entfernen auch einige Plattformen diese Wasserzeichen automatisch beim Hochladen, um die User zu schützen. Das heisst, einige Kameras integrieren hier auch diese Identifikation und sie wollen die User dadurch schützen, sodass man nicht sehen kann, wo das Foto aufgenommen wurde. Also all das ist hier mit viel, viel Vorsicht zu geniessen. Und die nächste Generation der Deepfakes ist wohl dieses kleine Research Paper. Das ist von der Alibaba Group und die Dinge, die man damit machen kann, sehen so aus. Hier auf dieser Seite sieht man wirklich sehr, sehr viele Anwendungszwecke. Man kann hier einfach ein Audio dazugeben und danach werden diese Videos dazu kreiert. Und das Ding ist halt, diese Videos können bis zu vier Minuten lang sein, beziehungsweise solange du willst. Sie haben hier tatsächlich auch komplette Songs dazu gemacht. Leider traue ich mich nicht so wirklich, diese Songs anzuklicken, da ich das nicht veröffentlichen darf. Denn diese Songs sind natürlich alle unter Copyright. Ich würde dir empfehlen, dass du dir das selbst ansiehst. Das heisst, wir kreieren einfach ein Bild. Danach können wir ein Audio dazulegen, zum Beispiel mit Eleven Labs. Und danach bekommen wir hier komplette Menschen, die sprechen. Und das sieht richtig, richtig realistisch aus. Wenn man sich nochmal dieses Video hier ansieht. Hier fällt wirklich eigentlich so gut wie nichts auf. Die ganzen Ausdrücke im Gesicht, die sehen super, super realistisch aus. Es sieht wirklich so aus, als würde dieses Bild mit uns sprechen. Und wie gesagt, hier wurde einfach nur ein Audio hinzugefügt. Also ich denke, das ist eine neue Technologie für Deepfakes. Die scheint richtig gut zu funktionieren. Hier im Hintergrund läuft auch ein Diffusion-Prozess. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar von Stable Diffusion kommt. Man kann sich auch die GitHub-Seite ansehen. Vielleicht wird das Ding sogar Open Source. Wobei ich das, um ehrlich zu sein, bezweifle. Aber lasst uns einfach mal sehen, wo das Ganze hinführt. Also Deepfakes, die sind eine Technologie, die sich nicht mal aufhalten lassen. Man kann hier wirklich ein Bild machen und komplette Deepfakes erstellen, die richtig realistisch aussehen. Sogar komplette Songs kann man hier mit Deepfaken. KI bietet dementsprechend grosse Chancen und auch grosse Gefahren. Man kann den Augen nicht wirklich trauen. Ist auf Instagram die Person wirklich echt? Sind die Fotos, die gepostet wurden von Donald Trump echt? Ist der Anruf, den ich bekomme, echt? All das müssen wir uns in Zukunft wohl häufiger fragen. Lass mich wissen, wie du das regelst. Das Ding muss ich auch noch kurz zeigen. Das ist erst ein paar Stunden online und jemand aus der Community hat das sofort gepostet. Ich wurde deshalb auf das Video aufmerksam und das Video sieht sehr, sehr gut aus. Dieser Roboter, der bewegt sich wirklich richtig gut. Scheinbar ist er aktuell auch der schnellste humanoide Roboter zumindest. Er kann sogar tanzen. Also dieser Roboter, der hat mich wirklich ein klein wenig geschockt. Am meisten fasziniert war ich aber von der Kraft von dem Roboter. Wenn man sich ansieht, wie das Ding springen kann. Und zusätzlich hat es auch noch Hände mit eingebaut. Das heisst, das sieht zumindest auf den ersten Blick besser aus als bei Figure AI und eigentlich auch als bei den meisten anderen humanoiden Robotern. Dieser Roboter hat jedoch LiDAR-Zellen. Das ist das einzige Downside, das ich aktuell sehe, denn leider lässt sich schwer skalieren. Und das Ding hat mich fast am meisten beeindruckt. Also das Stiegensteigen von diesem Roboter ist der absolute Wahnsinn. Bis jetzt hat man noch keinen einzigen humanoiden Roboter gesehen, der stiegensteigen konnte. Und dieser kriegt es hin. Wie gesagt, das einzige Downside, was ich von diesem Roboter aktuell sehe, ist eben, dass er nicht mit Vision Only arbeitet. Und wenn man hier mehrere Sensoren einbaut, dann ist natürlich die Produktion sehr, sehr teuer. Dementsprechend nochmal Shoutout an meine Community. Das ging wirklich schnell. Und im Übrigen auch auf das Deepfake Paper wurde ich durch die Community aufmerksam. Hier bekommen wir wirklich schnell richtig gute Infos zusammen. Also weiter so vielen Dank Leute. Wenn du auf den Link unten in der Beschreibung klickst, landest du auf dieser Landingpage. Hier bekommst du ein kleines Video. Das Video ist eigentlich nur ein Intro zum Kurs. Denn in dieser Community gibt es einen gratis KI-Kurs. Du kannst hier Join the Group klicken und du bist dabei. Und ja, das Ganze ist zu 100% gratis. Das Ziel ist, KI-Wissen zu verbreiten und sich gegenseitig zu helfen. Ich habe gesehen, dass das Aufbauen einer Community hier wahrscheinlich am einfachsten sein wird. Auf YouTube ist es schwer, in Kontakt zu bleiben. Ich habe auch viele Kurse auf Udemy. Auch da sage ich, man sollte in Kontakt bleiben. Man sollte eine Community aufbauen. Ich denke, hier gelingt es uns am besten. Und wir können uns alle austauschen und gegenseitig helfen. Wie gesagt, zu 100% gratis mit einem kleinen Kurs, der dir Überblick zu KI verschafft.